Porto Venere ist eine Gemeinde in der zur Region Ligurien gehörenden Provinz La Spezia in Italien. Sie hat eine Fläche von 7 Quadratkilometer und 3630 Einwohner. Seit 1997 gehört Porto Venere zusammen mit Cingter sowie den nahegelegenen Inseln Palmaria, Tino und Tinetto zum Weltkulturerbe der UNESCO-Lage. Porto Venere liegt im Osten Liguriens am Ligurischen Meer. Der Ort befindet sich etwa 12 Kilometer südlich von La Spezia an der Spitze einer Landzunge, die den Golf von La Spezia im Westen begrenzt. Zur Gemeinde gehören die der Landzunge vorgelagerten Inseln Palmaria, Tino und Tinetto. Im Gebiet von Porto Venere und auf der Insel Palmaria befindet sich das Gesteinsvorkommen des exklusiven goldfarbenen Natursteins Nero Portoro. Geschichte Porto Venere bestand vermutlich als Veneres Portos spätestens seit der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus. Im Jahre 643 wurde der Ort vom langgeberten König Rotary verwüstet. In den nachfolgenden Jahrhunderten wird von mehreren Sarazenen Angriffen berichtet. 1113 ging Porto Venere in den Besitz der Republik Genua über, die oberhalb der Siedlung eine Burg als Bollwerk gegen die verfeindete Republik Pisa errichtete. In dem nachfolgenden langen Krieg zwischen den beiden Stadtrepubliken besaß der Ort aufgrund seiner Lage eine besondere strategische Rolle. In diese Zeit fällt auch die Errichtung der beiden Kirchen San Lorenzo und San Pietro. 1396 kam Genua und damit auch Porto Venere unter Karl VI. unter französische Herrschaft. Im Jahre 1496 wurden die beiden Kirchengebäude bei einem letztlich erfolgreich abgewehrten Angriff durch eine Flotte der Aragona schwer beschädigt. Im Verlaufe des 16. und 17. Jahrhunderts wurde die Burg an die Weiterentwicklung der Feuerwaffen angepasst und zu einer Festung ausgebaut. In dieser Zeit errichtete man zudem auf einem Felsen östlich der vorgelagerten Insel Palmaria am Eingang zum Golf von La Spezia die Torres Gola als fortifikatorischen Vorposten, der 1800 von den Engländern bombardiert wurde und heute als malerische Ruine erhalten ist. 1791 wurde Porto Venere von österreichisch-russischen und französischen Truppen besetzt. Napoleon, der La Spezia zur Seefestung ausbauen wollte, veranlasste 1812 die Anlage einer Verbindungsstraße, die deshalb auch Strada Napoleonica genannt wird. Während der Flucht und illegalen Einwanderung europäischer Juden nach Palästina zwischen 1945 und 1948 wurden in Porto Venere mehrere Flüchtlingsschiffe für die Aufnahme großer Passagierzahlen umgebaut. Darunter die United Nations und die Exodus. 1997 wurde Porto Venere zusammen mit den nordwestlich gelegenen Cingter zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Sehenswürdigkeiten Zu den Hauptsehenswürdigkeiten Porto Veneres gehören die über dem Ort Tronende Festung der Genueser Adelsfamilie Doria sowie die Kirchen San Pietro und San Lorenzo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017